herzlich willkommen zu einem neuen video das heutige thema geschminkte leiche ja also ihr habt ein bisschen budget über sagen wir mal 10.000 euro und wollte euch ein auto kaufen und findet auf einer einschlägigen auto plattform ein auto was euch gefällt ihr kommt dahin und das auto sieht ja erstmal gut aus hier haben wir eine w 140 s klasse ein ist tatsächlich schon s 500 mit einem 119 motor 5,0 liter vier ventil technik ein sehr robuster motor aber muss man sagen also der motor ist eigentlich gut gewesen für 500.000 kilometer wenn man die in den ersten jahren fährt wenn die ein bisschen älter werden gibt es natürlich auch probleme mit gummidichtung und steuerketten plastikführung etc gut s klasse ist immer alles was geht so jetzt steht dieses auto hier der wagen ist ziemlich offensichtlich einmal komplett überlackiert und das auch gut steht an für sich gut da und der kunde hat bei uns jetzt gerade einen termin für einen liebhaberservice soweit so gut der s klasse liebhaberservice ist für uns jetzt nichts besonderes der kunde sagt aber auch schon herzimmer wenn ich die zündung an mache dann habe ich so ein paar probleme machen wir hier die zündung an da leuchtet zum beispiel die srs lampe nicht und ja das eigentlich hauptsächlich und kühlmittel lampe leuchtet als kontrolle auch nicht und normalerweise ist es immer so ihr startet den wagen und dann muss zum beispiel abs esp lampe und also was das geht halt auch aus und das ist mit der srs lampe die srs lampe ist ja die airbag kontroll lampe safety rescue system und die sollte ausgehen axel anwand oder was und deutsch sicherheitsrückhaltesystem ein deutsches auto ja ja deswegen steht auch airbag drauf und nicht luftsack ja ja schon klar okay hier haben unsere mercedes diagnose gerade drin ausgelesen haben wir den wagen auch was gleich auffällt warum heißt das video geschminkte leiche das seht ihr gleich unten drunter ich will euch das jetzt aber erstmal von oben zeigen worauf ihr achten müsst weil ihr müsst so ein auto mit den kompletten instinkten die ihr habt einfach mal angucken und auch euch mal ein bisschen schmutzig machen weil wenn ihr jetzt hier so bei diesem auto steht und ihr guckt euch den wagen wie gesagt sieht er in erster linie schön aus einfach mal die türen aufmachen und auch mal wirklich gucken hier die türkanten irgendwie schon mal nach lackiert hier sieht man darunter ist ein bisschen knusprig hier lukas perfekt die ganzen türkanten alle korrodiert ja ist das jetzt schlimm da kann man das beim lackierer jetzt mal eben so ein bisschen ein bisschen rost weg schleifen bisschen rost umwandler an lackieren und gut hilft gar nichts weil das sieht nach fünf monaten sieht das wieder genauso hier natürlich irgendwo da auch alles knusprig hier so ein bisschen an an getuscht sag ich mal schon mal schlecht das ist aber noch nicht die geschminkte leiche ja dann auch immer ganz wichtig aber mal gucken schiebe da einmal kofferraum gucken ja wie sieht der kofferraum allgemein aus der wagen hat 250.000 kilometer genau gelaufen geruchstest ist der tank der da hinten drin sitzt ist der dicht haben wir hier schimmelgeruch weil wir vielleicht dauerhaft feuchtigkeit rein haben geht die zuziehhilfe bei der s klasse geht nicht ja der griff fährt ein aber der kofferraum ist nicht ganz unten ok soweit so gut jetzt kommt es viel krasser jetzt guckt euch das wieder an nimmt mal die motorpappe ab motorpappen abnehmen und gucken hier so ein bisschen ja ölverlust gut da gibt es ölstoffkabel für aber guckt mal hier rein da seht ihr mäusekot mäusekot in der s klasse oder überhaupt in fahrzeugen ihr kennt das schon von anderen themen immer sehr schlecht so und gerade und das ist das ist immer das wovor ich angst habe guckt mal hier unten rein alles verlaubt hier oben auch alles voll mäusekot so und dann hier das erste kabel was ganz oben ist das lacht mich gleich an hier liegen die adern schon blank dass die isolierung schon weggeknabbert und ich sage euch unter dem gebläse kasten sieht das eins zu eins genauso aus so was sehen wir denn jetzt hier noch ja wartungsaufkleber da kann man mal die kilometer stände abgleichen sondern gucken wir mal hier vorne drehen wir an den lüftern lüfter drehen schon nicht ganz frei hier sehen wir auch schon alles korrodiert und irgendwie so ein bisschen angesprüht gehen bei mir schon die alarmlampen an wer übersprüht korrosion und das schon mal ganz schlecht so hier die ganzen wasser abläufe dich die kabel bzw schläuche hier mal anpacken die sind alle hart so dann weiß man erstmal grob der wurde eigentlich nicht viel investiert dann ist der axel eben gerade rein gefahren weil wie gesagt der liebhaberservice heißt bei uns ja auch gleich erstmal reinfahren lichtkontrolle scheinwerfer einstellen und so weiter ja und dann ist natürlich gleich aufgefallen dass hier die scheibenwaschanlage komplett ausläuft die wischer hier funktionieren nicht oder beziehungsweise scheinwerferreinigungsanlage und dann hat der wagen was ganz speziell ist weil dieser wagen hat einen so genannten hub scheibenwischer und das fällt auf das kann gut das ist genau das schlechte jetzt will ich euch das nicht mal zeigen was er machen müsste so der müsste an dieser stelle gut machen guck mal er ist nicht richtig er ist kaputt der hubschadenwischer hier also hubschadenwischer funktioniert nicht das sind all solche dinge die wir bei einer beim liebhaberservice natürlich kontrollieren und ab jetzt wird es natürlich schon ein bisschen teuer und doof aber ich stand vorgestern mit dem kunden zusammen am auto und habe gesagt naja liebhaberservice sehe ich jetzt hier nicht so ganz so das habe ich von oben schon gesehen ich glaube wir gucken mal lieber unten drunter ob das elementar wichtige soweit passt so und dann hebt man den wagen hoch und dann guckt euch mal das an klopfen machen wir hier mal so ein zu sagen dann seht ihr schon diese ganzen gummies und sowas und die ganzen korrosions nester hier ja das ist alles übergesprüht hier mit dicken wie soll ich sagen mit dicker unterboden pampe hier guck mal auch mal zu meiner linken lukas hier da wo die bremsleitung sitzen alles übergesprüht hier leitung nicht richtig eingehackt der klassiker also auch schon wieder gefährlich axel was noch weiter hoch knappe 250 aber ist auch fast egal so jetzt mal stopp dann fällt gleich auf unterschiedlich oder andere radbolzen wie die da eigentlich zu gehören und mir ist das schon aufgefallen ja wenn da mal jetzt hier an das sieht man jetzt schlecht nochmal jetzt hier rein die radbolzen sind nicht ganz durchgeschraubt und da geht hört bei mir wieder der spaß auf wenn ich immer andere radbolzen sehe mache ich immer ein mal rausschrauben und ich habe schon am geräusch gehört das war falsch das würde ich jedem empfehlen der der sich also auto kauft als allererstes mal gucken bremse reifen räder so jetzt machen wir hier mit dem eddingmann strich drauf radbolzen strich zu machen ist unklug wir machen jetzt mal hier auf unsere auf unsere nuss machen wir jetzt mal ein strich drauf runter lassen wieder und drehen wir die mal rein so jetzt greift jetzt greift die schraube sondern der strich ist oben so und so eine m14 schraube beziehungsweise radbolzen sollte mindestens fünfe und halb umdrehungen rein gehen und m12 glaube ich sind sechseinhalb umdrehungen also mal als richtwert ich weiß nicht wie angaben ohne gewehr aber irgendwie so grobe richtung war das eine umdrehung zwei umdrehungen drei umdrehungen drei und ein viertel das heißt mindestens zwei umdrehungen zu wenig wir haben die gewinde steigung von 1,5 millimeter wenn zwei umdrehungen fehlen fehlen drei millimeter im prinzip ins gewinde rein sechs umdrehungen wäre noch sicherer also ganz schlecht so die muss man gleich nachziehen die schraube das heißt der kunde darf damit schon mal so gar nicht fahren der wagen ist nicht straßenverkehrs sicher lebensgefährlich so was gerade bei so einem auto so eine s klasse wiegt auch bequem über zwei tonnen würde ich behaupten und ja dann stehen wir unten drunter und ja klar ein bisschen ölverlust ich habe es jetzt nicht anders erwartet bei dem motor getriebe stecker etwas feucht und ich habe draußen schon gehört ja keine original katalysatoren katalysatoren erst mal nicht zulässig weil ich sehe hier kein e-prüfzeichen nein ja so genannte ja nachbau katalysatoren aber schon von 11 2005 seit 2005 fährt dieses fahrzeug schon mit in meinen augen nicht zulässigen katalysatoren dann ihr seht schon also hier so im allgemeinen überall unter boden pampe drunter gejaucht beziehungsweise was haben wir jetzt gesagt der titel heißt geschminkte leiche und deswegen seht ihr warum das eine geschminkte leiche ist zwei sprüh dosen schwarz unter boden pampe gekauft überall über den rost rüber gejaucht hier guckt euch das an hier ja das zerfällt natürlich wie sonst was weil unter bodenschutz repariert kann auto motorlager komplett runter hier kommen ab komm mal von hinten lukas guckt euch mal diese gummibuchse an die gummibuchse wurde jetzt mit unter bodenschutz hier veredelt geht gar nicht also das ist wirklich komplett hier da das bremsschaden wird guckt euch das an das ist das am besten nimmst es gleich ab weil sonst verkannte sich nicht weil das ist echt schon so was ist echt gefährlich muss man jetzt sagen das weil drüben ist es schon komplett ab weil wenn sich das da drin drin verkannte das kann ja auch mal hier es geht halt gar nicht mehr weil drüben ja so sieht das halt aus so drüben fehlt es schon ganz also das ist drüben ist es schon mal hier das ist halt das ist alles lose pampe na ja mir tut das immer leid weil es gibt gewisse leute die erfüllen sich damit ein lebenstraum sparen sich 10.000 euro zusammen und sagen ich möchte einmal im leben s 500 haben das fahrzeug sieht von oben auch gut aus und dann kauft man wirklich sowas und wenn man sich hier diese bremsleitung anguckt das ist dann schon also ist erstmal gar nicht zulässig die bremsleitung so dick über zu duschen und wenn ich mir das hier angucke die bremsleitung wurde schon mal hier auf 15 cm wurde die schon mal in stand gesetzt mehr oder weniger oder gepflegt und dann der rest wurde dick über gesprüht und guckt euch das an hier die tapete wann hat der tüv bekommen das jetzt einmal das interessiert mich vor dem jahr aber auch hier ne ja also genau das ist halt wie gesagt das ist eine komplett geschwingte leiche guckt euch die hinterachse an selbst auf dem reifen ihr seht ihr ja noch den unterbodenschutz auf der reihe auf der felge und auf den reifen ist überall noch unter bodenschutz also das wird da einfach nur drunter gesprüht hier guckt ihr das an hier da die achse hier das blättert einfach so ab also der wagen hört sich jetzt blöd an da ist wirklich komplett wirtschaftlicher total schaden wenn man sowas wieder aufbauen will also das ist fast nicht mit normalen mitteln wieder aufzubauen natürlich jedes auto kann man restaurieren jedes auto kann man x beliebig erhalten so ein auto kann auch 100 jahre alt werden aber mit welchem finanziellen aufwand ja ich sag mal dieser wagen hat größenordnung meines kenntnis stand rund 10.000 euro gekostet hätte man 10.000 euro mehr in die hand genommen wenn man so kann man hat einen für 20.000 gekauft hätte ihn vernünftig inspiziert also der preis macht ja auch nicht den zustand aber hätten vernünftig inspiziert so ein auto darf man nie ungesehen von unten kaufen um gottes willen macht sowas nie ja ich sag immer fahrt hin zu irgendeiner werkstatt gibt dir ein bisschen geld dass man dass sie den wagen auf der hebebühne heben von unten drunter angucken lassen zu küs dekra tüv oder irgendwas fahren zu irgendeiner prüforganisation die sollen einfach mal so eine art gebrauchtwagen check machen oder sollen einfach eine hauptuntersuchung machen ja das ist sowieso immer das beste einfach mal unabhängig eine hauptuntersuchung machen bevor die dies fahrzeug so ein fahrzeug kauft weil sowas wieder in stand zu setzen da sprechen wir von 20 30.000 euro bis man auf dem normalen zustand sind und wir machen sowas gar nicht wir machen korrosionsarbeiten karosserie arbeiten machen wir gar nicht für mich war jetzt wichtig ich zeige euch das mal wie schnell man da einen sogenannten klogriff sich ja sich leistet ja man sieht das auch an den radläufen hier ein radläufe ist überall hinten hinter mit silikon und das ist einfach nur wirklich ich verstehe auch die lackierer nicht die das einfach über lackieren das für mich ja es ist nicht zu fassen und auch axel hat gerade einen fehlerspeicher ausgelesen der fehlerspeicher ist randvoll ja diverse sachen haben wir haben da sind beide aktuell obwohl die ja scheinbar neu gekommen sind getriebesteuerung getriebe soll rutschen und noch kleinigkeiten klimatische steuereinheit irgendwo leckage hier leckage da weil da kommen wir dann von eins ins tausende weil wenn ich jetzt schon lese getriebe rutscht wie oft liest du denn das in getriebe rutscht fünf gang manchmal wenn die drehtelsensoren rumspinnen aber sonst oder wenn zu wenig automatikgetriebeöl drin ist sonst nicht ja ansonsten wie gesagt ein pack hilfe geht gar nicht aber da ist auch kein steuergerät erreichbar wer weiß ob da eine sicherung kabel keine ahnung was das ist halt sagte der kunde im übrigen dass die sicherung halt immer ausspringt von einer pack hilfe aber wie gesagt ist auch kein wunder wenn die mäuse da drin gewesen sind weiß kein mensch welche kabel angebissen sind das ist das nächste also hier 30.000 euro instandsetzung überhaupt kein problem ich rate jetzt den kunden das fahrzeug halt abzustoßen und nicht instand setzen zu lassen wir machen jetzt hier auch kein liebhaberservice wir berichten das dem kunden er hat ja jetzt hier eine ganz gute übersicht im übrigen auch und hier beenden dann gibt es nur eine kleine rechnung für einen kurzen check und bevor man jetzt hier noch was instand setzt weil für mich ist das jetzt ab jetzt verlorenes geld meine persönliche meinung wenn ihr das anders seht schreibt mal in die kommentare ob ihr sowas wieder aufbauen würdet für mich ist das wie gesagt ist das keine basis und tut mir leid dass ich jetzt hier wieder mein auto schlecht machen musste aber ja wie gesagt ich finde das muss halt raus und ich bin halt auch so eingestellt ich muss den kunden das ehrlich sagen und jetzt nicht hier viel geld für ein liebhaberservice abnehmen wo wir dann irgendwelche sachen schmieren und sachen überprüfen und dabei ist das auto halt eigentlich tot weil leichen sollte man nicht probieren wieder zu beleben außer es lohnt sich wirklich und es sind vielleicht ikonen aber tut mir leid das ist für mich keine ikone das ist für mich einfach ein fahrzeug was es zu hunderten da draußen noch gibt in viel besseren zustand und dann einfach so ein auto kaufen weil dann kann man sich reinsetzen zündschlüssel umdrehen eine runde fahren und kurz zum liebhaberservice vorbeikommen und dann kopfschmerzfrei wieder nach hause fahren und das ist dieses auto nicht also auf wiedersehen ich hoffe das video hat euch gefallen